was haben wir denn was haben wir denn da hinten it looks like a traditional local market ich würde mal sagen das wird ja mal direkt abgecheckt ok das ist auch wild sein auto oder vielleicht sogar ein fremdes auto einfach als verkaufsstand zu benutzen sehe ich auch zum allerersten mal so auf ins tumult würde ich sagen diese nähe und dragonball shirts habe ich aber leider schon zu viele von irgendwie kaufen wir alle dann doch irgendwie dasselbe aber dann doch irgendwie doch nicht also mal jetzt hier gelandet hola buenas quanto vale uno pero ja no tengo lo tienes ah no ok gracias scheibenkleister hola buenas tienes sopa 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 maldito de albóndiga da muy rica rica es con carne o con verduras verdura chayote, papa, zanahoria cuanto vale una setenta setenta la pura verdura la pura verdura así el caldito nada más treinta chica una chica cuanto vale treinta treinta si una de treinta pura verdura si sin carne si porfavor si, 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 está bien si, 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 está bien la notas de Miguel altra ya ¿no se miserable derota come? hay que florida ¿china de mami cuánto? ? ¿cara es mediano del poble ¿no? ¿degeme? medias nadu? ¿de dónde ¿es medio? ¿que es un mundial? noch nie un europea gesehen, ¿ah? si 90 no ah por mí él te lo dijo a ti si, sí, sí Ah, okay. Dann sind wir jetzt mit dem Kuchen. Ja. Ist das für mich? Ja, ja. Ah, toll. Ja, das ist für mich. Herr, wir haben ihn mit. Ja, das ist für mich. Ja, das ist für mich. Und jetzt nur noch was es für dein. Ja, wir können hier etwas... Ja, das ist für mich. Ah, danke. Für mich auch? Ja, das ist für dich. Vielen Dank. Es ist sehr süß. Es ist sehr süß. Es ist sehr süß. Junge ist die Eis. Erstmal direkt die Zunge verbrannt. Ja, ja, ja. Sehr, 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 sehr. Ja, ja, sehr, 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 sehr. Ein bisschen Chilli. Ist das von Pika-Mas. Ist das von Pika-Mas? Ist das von Pika-Mas? Ist das von Pika-Mas und ist das von Pika-Mas. Okay. Ist das von Pika-Mas, und das von Pika-Mas. Ist das von Pika-Mas? Inglis, Französisch. Spanisch, Italien, Alemisch. Was du willst? Okay. Du bist hier? Ja, ja. Wie heißt das? Caldo de Albundiga. Caldo de Albundiga. Okay. De Rez. Okay. Puedo... Puedo... Comar todo. Todo, okay. Okay. Ja, die Frage ist halt, wie kriege ich jetzt so fette Brocken? Entweder in meinen Mund, oder halt mit diesem kleinen Löffel kleingestampft. Aber schmeckt geil. Oh, das geht ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht gesund aus. Das ist genau das, was ich brauche jetzt nach meiner Krankheitsphase schon wieder. Mh, 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 mh. Schmeckt gesund. Junge, Junge. Ist das heiß. Aber nicht scharf. Ja, ich lege die da jetzt einfach mal hin. Alter, da sind Gemüsesorten drin, die habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Oder ich erkenne sie nicht wieder. Ich habe keine Ahnung, falls jemand weiß, was das ist. Komm, gönne. Willst du nicht? Okay, der hat keinen Bock. Auf jeden Fall auch gut ölig, man. Meine Lippen fühlen sich an, als hätte ich mir da eine gute Portion Vaseline drauf gehauen oder so. Das ist echt, da ist auf jeden Fall eine gute Menge Öl drin. Echt fertig. Da hinten läuft einfach Lil Peep, Alter. What zum Henker. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber feiere ich hart, Mann. In einem so traditional, local market, pumpen sie Lil Peep. Das kann ich keinem erzählen. Hier sind Sachen drin, die habe ich im Leben nicht gesehen. Was ist das? Schmeckt einfach nach nichts. Also bei denen läuft der richtig rum. Wir kriegen ja eine Bestellung nach der anderen rein. Wow. Die kommen nicht wirklich. Die kommen nicht. vom 2.5€ Ja Okay, wo die du pagst? Ich habe die eine Fische Ich habe die Fische Ich werde das mit einem Das ist das Danke Ich habe einen guten Tag Es war sehr, sehr gut Danke Danke Bis bald Danke Oh, yeah! Wow, okay. Hallo, guten Abend. No, no, danke. Danke. Wow! Was nicht das? Junge, Junge, ist das eine Kirche? Alter, Alter! Gebt euch mal die Details. Das ist ja mal anders. Anders wilde Kunst. Also die Suppe gerade war okay. War jetzt kein Gaumschmaus. Aber für 1,50 € hat sich auf jeden Fall gesund angefühlt. Gebt euch das mal. Shish, sag ich dazu noch. Wow! Oh, yeah! Also ich bin generell ja nicht so der Suppenmensch. Dementsprechend war das jetzt eher so eine Stärkung nach meinem Kranksein. Aber wirklich fein war das jetzt nicht unbedingt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hier scheint's auch abzugehen. Oh, ja! Oh, ja. Oh, ja. Oh! Oh! Oh, ja, also 5-10. Ich werde die Semilien, die Semilien, die Räubern und Räubern.